Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In den vergangenen Tagen gab es ja einige Gerüchte darüber, wie man eben jetzt auf Schalke mit dem Posten von Ruben Schröder plant. Und da hat ja die Bild-Zeitung Bericht es aktuell, dass es eben am wahrscheinlichsten ist, dass René Grotus und André Hechelmann dies als Doppelspitze machen. Sprich, Hechelmann als Chef-Scout, René Grotus als Referenz Sport und auch die WATS bestätigt nun, dass für die Nachfolge von Schröder eine Doppelspitze, bestehend aus Grotus und Hechelmann, als wahrscheinlich gilt. Trotzdem liefert die WATS auch nochmal weitere interessante Informationen. Denn Christina Rühlhamers, die ja auch selber gestern ihren Vertrag bei uns als Finanzvorstände langfristig verlängert hat, hat ein Budget für eine zusätzliche Person in der sportlichen Leitung bereitgestellt. Sprich, es steht Geld bereit, um einen Schröder-Nachfolger zu holen. Aber hier ist eben dann die Frage und auch noch komplett offen, ob dann diese Person als Chef oder als Mitarbeiter kommt. Sprich, auch weiterhin ist es durchaus möglich, dass man eben nicht die Variante wählt mit Grotus und Hechelmann, sogar dann doch noch jemanden davor holt, der eben als Sportdirektor fungiert. Aber es ist eben auch gut möglich, dass man neben diesen beiden noch jemanden weiteres hinzuholt, der sich dann sicherlich auch vor allen Dingen um die Außendarstellung kümmert. Denn Uwe Schröder war ja einer, der wirklich auch in der ersten Reihe stand, der auch sehr, sehr kommunikativ agiert hat, immer ansprechbar war, für die Medien natürlich auch vor allen Dingen. Und da haben natürlich Grotus und Hechelmann nicht zwingend ihre Stärken. Beide arbeiten lieber im Hintergrund. Deswegen kann der Schröder-Ersatz immer auch noch Geld kosten. Es ist eine durchaus interessante Frage, wie man dann hier auf jeden Fall plant. Aber ich denke, selbst wenn man eben jetzt Grotus und Hechelmann das Vertrauen schenkt, braucht man jetzt nicht noch zwingend einen weiteren Neuzugang als Mitarbeiter, um jetzt hier vielleicht noch jemanden für die Außendarstellung zu haben. Auch dort hat man natürlich jetzt mit dem Trainer, mit Thomas Reis, eine sehr, sehr auch starke Persönlichkeit, der auch ohnehin viel Raum für sich einnimmt, was ja vollkommen richtig ist und auch so sein soll. Und deswegen ist halt hier die Frage, braucht man dann überhaupt noch einen weiteren Mitarbeiter? Eure Meinung dazu? Mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!